Hier ist Jack Burns. Dina und ich werden schätzungsweise in 18 Sekunden da sein. Ich bin schon ganz aufgeregt, die kleinen Fockers zu sehen. Achtung, Achtung, aufgepasst, hier kommt der Truthahn. Jack, würdest du uns die Ehre erweisen? Jetzt bist du der Truthahn-Tranchierer. Danke, Jack. Sehr gerne. Ich beobachte dich. Weißt du, ich habe auch Augen, also beobachte ich dich genauso wie du mich. Ich will, dass Sie Werbung machen für unsere neue Arznei, das Dango. Das hilft bei Erektionsproblemen. Vielleicht kennen Sie einen sexuell frustrierten alten Sack? Hallo, Greg. Würdest du mir das hier erklären? Jack, hast du etwa eine von diesen Pillen geschluckt? Was meinst du? Wenn das bereits länger als vier Stunden anhält, dann musst du ins Krankenhaus und eine Spritze kriegen. Ich werde auf keinen Fall mit so einem Ding ins Krankenhaus fahren. Du gibst mir eine Spritze und zwar sofort. Ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn ich dir... Ich werde dir keinen... Nein. Fuck! Ich spüre da eine sehr starke Familiendynamik bei Ihnen, Fian. Dieses Rendezvous ist schon lange überfällig. Du willst tanzen, Grandpa? Lass uns tanzen. Ja! Ja! Give a little love. Go on, just do it. You can't love the music. Jack? Sofort raus aus dem Bällebad! Raus aus dem Bällebad! Raus mit euch! Ah! Give a little love!